Du kannst mir sagen, wenn was ist, das mit dem Essen, mit dem Nicht-Essen, war was? Es gibt keinen Hommersen. So gute Semmelbräusel, in so guter Butter geschweckt, die Knödel, die feine böhmische, die magst du doch. Ein Gezeter und Gejammer, das kleine Würstchen, das schnell und einfältig, bei jeder Gelegenheit, die ihm nicht passte, schrie, dann sterbe ich halt. Das ist das, was wir alle machen sollten. Einfach mal so, nein, aber so für dich, zu Hause, in der Schule, am Meer, das bringt doch nichts. Wenn, dann müssen das alle wissen. Alles wird besser. Alles wird gut. Siehst du, er will einfach nicht. Ja, man kann vielleicht jetzt schon sagen, dass, was ihr Sohn macht, ein Stück Geschichte, Zeitgeschichte, wenn sie so wollen, ist. Das ist ein Witz. Wir drehen alle durch. Wenn, dann kriegt die Koffer. Ich würde sagen, dass, was ihr denn? Das ist das.